Ahoi und herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe von Kreuzfahrt Nachrichten. Ich bin überglücklich, dass ihr wieder an Bord seid. In dieser Episode haben wir einige aufregende Neuigkeiten und Geschichten aus der Welt der Kreuzfahrten, die wir mit euch teilen möchten. Bevor wir jedoch in die Details eintauchen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Updates verpasst und immer auf dem neuesten Stand seid. Wenn ihr auch leidenschaftliche Kreuzfahrt-Enthusiasten wie wir seid, hinterlasst eure Kommentare unten und lasst uns eure Meinungen und Erfahrungen wissen. Eure Interaktion ist uns besonders wichtig. Jetzt aber genug geredet, lasst uns in die Welt der Kreuzfahrten eintauchen und herausfinden, was es Neues gibt. Das Schiff Spirit of Discovery wurde in einem Sturm in der Biscaya, Frankreich, erfasst, der die Gäste beeinträchtigte. Dabei wurden einige Passagiere verletzt, als das Schiff während eines Sicherheitsmanövers abwich. Dies ereignete sich am Samstagabend in der Biscaya, Frankreich. Etwa 100 Passagiere wurden verletzt, aber die meisten dieser Verletzungen waren geringfügig, wie die Kreuzfahrtgesellschaft Saga bestätigte. Obwohl viele keine Verletzungen erlitten, erhielten fünf Gäste offenbar medizinische Behandlung. Das Schiff war vor mehr als einer Woche am 24. Oktober in Richtung der Kanarischen Inseln in See gestochen. Anfangs verliefen die ersten zehn Tage der 14-tägigen Kreuzfahrt planmäßig. Allerdings wurde der letzte Halt in Las Palmas abgesagt, nachdem die Besatzungsmitglieder von dem aufziehenden Sturm erfahren hatten. Ida Crew rettet Passagier aus der Nordsee In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich ein tragischer Vorfall an Bord der Ida Prima, als ein Passagier in die eiskalte Nordsee stürzte, deren Wassertemperatur zwischen 9 und 10 Grad Celsius betrug. Sofort nach dem Vorfall wurde von Seiten des Kapitäns ein Generalalarm ausgelöst, der die Crew und alle Passagiere mobilisierte, um auf die Situation zu reagieren. Das Stichwort Mann über Bord wurde umgehend gegeben und eine koordinierte Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet. Die eisige Nordsee stellte eine große Herausforderung dar und Rettungsmaßnahmen wurden unverzüglich gestartet. Hierbei kamen Rettungsboote und Schwimmer zum Einsatz, die in die Wellen entsandt wurden, um die vermisste Person zu lokalisieren. Parallel dazu wurde eine akribische Überprüfung der Passagierliste durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine weiteren Personen vermisst wurden. Und um festzustellen, ob alle Mitreisenden in Sicherheit waren. Die gesamte Situation erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schiffsmannschaft, den Behörden und den Rettungsdiensten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Ressourcen und Maßnahmen ergriffen wurden, um den vermissten Passagier zu finden und zu retten. Eine Sprecherin von AIDA gab gegenüber RTL folgende Erklärung ab. Wir können bestätigen, dass in der Nacht des 7. November 2023 ein Gast im Rahmen eines Rettungseinsatzes durch die Besatzung der AIDA Prima lebend geborgen wurde. Die betroffene Person erhält derzeit medizinische Versorgung im Bordhospital der AIDA Prima. Aus Respekt für die Privatsphäre unserer Gäste werden keine weiteren Angaben gemacht. Es ist erfreulich zu hören, dass die Rettungsaktion erfolgreich war und der vermisste Gast lebend geborgen wurde. Die AIDA Prima setzte ihre Reise nach Hamburg wie geplant fort und wird am 8. November 2023 in Hamburg ankommen.